Hallo Chef, Chef, diese Maschine, was du gekauft hast bei uns, diese elektrische, ja das kannst du alles abholen. Fatmir will damit nicht arbeiten, hat er gesagt. Der sagt, das ist Spielzeug, das sind keine richtigen Werkzeuge. Heute den ganzen Tag mit Handschrauben drehen. Mit Fatmir kann man nicht reden, Chef, der ist Albaner. Wenn er Nein sagen, dann bedeutet Nein. Wenn Ja, sagen Ja. Weil Albaner nichts ändern Meinung, jeden Tag. Der braucht richtige Maschinen, die laut sind. Weißt du, wenn Story aufnehmen für Instagram, muss richtig laut sein, hat er gesagt. Und am besten Chef, du, dein Flomaster kaufen, dann noch auf Maschine AMG schreiben. Dann eher Tag und Nacht schaffen. Weißt du. Diese kannst du, keine Ahnung, verkaufen bei Ebay, halbem Preis. Oder bei Salvatore geben, wenn wir nach Sizilien fahren. Weil für Italiener reicht es. Bis Italiener ein Werkzeug kaputt machen, dauern 100 Jahre. Chef, bitte bei allen Baustellen stehen.